Ja, da bin ich wieder. Ich wollte gerade wieder einen vom Pferd holen. Aber irgendwie kam dann das hier und jetzt bin ich hier. Ja, ich glaube das Pferd ist hier vorne. Ja, das ist hier vorne. Gut. Dann muss ich nochmal ganz kurz unterbrechen. Ich moderiere mal ganz kurz weiter. Ich muss nochmal ganz kurz weiterschauen, wie lange ich noch aufnehmen sollte, könnte, müsste, keine Ahnung. Die erste Aufnahme ist... Warte, ich bin im falschen Ordner. Hier ist die erste Aufnahme. Kleinen Moment bitte. Die hat ungefähr 1,35. Okay. 1,35. Also, das kann ich mir gut merken. So, und dann machen wir auch gleich mal weiter. So. Ist hier irgendwas im Lager? Ähm... Ne. Ah, Mr. Morgan. Du siehst du schäuert. Aber wo es gibt Leben, es gibt Hoffnung, mein Freund. Und... Weiß es selber nicht, ist das Problem. So, falsches Buch. Ach ne, doch nicht. Alles gut. Ich wollte nämlich mal ein paar Verbesserungen holen. Hä? Wieso backt denn das so heute? Guck dir mal das an, wie das rumbackt. Hä? Behindert? Och. Nötig. So. Ähm... Waffen-Munition. Ähm... Okay. Zack. Oh, Entschuldigung. May hat's gerade an der Nase gejuckt und danach bin ich ans Mikro gekommen. Das tut mir leid. So. Zack. So. 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 Das Pferd ist... Das Pferd ist jetzt übrigens auch hier. Und die nächste Mission befindet sich... Wo? Irgendwo, nur nicht auf der Karte gesehen von uns. Warte. Hier unten ist was. Okay. Das hier ist am nächsten dran. Was ist das hier? Ich frag nicht. Ja komm, dann machen wir doch das hier. Warte. Zack. So. So. Wo ist das Pferd? Das Pferd? Pferd, 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 Pferd. So. Höh. Was ist das mit den Spielwürfeln hier eigentlich vorne? Domino. Äh. So. 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 Oh. So. 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 Ähm... Hä? Ich kann keinen Stein nehmen. Naja, war ja auch nur zum Testen. Ähm... Ja, dann würde ich sagen... ...hat sich das mit dem Pferdholen ja auch schon direkt erledigt. Ich bin noch ein kleines bisschen gelaufen. Aber ganz ehrlich, das schneide ich raus. So. So. Zack. Stimmt, wir halten mal ganz kurz an. Wir müssen das Pferd mal füttern. Fällt mir gerade auf. Ähm... Kann ich denn das? Ähm... ... 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 Ich habe eine Familie, Herr. Bitte. Ich habe keine Familie, Herr. Bitte. Ich habe keine Familie. Du hast mir Geld. Warum muss ich das so kommen? Verrückt mich, Herr. Ich wollte das auch nicht. Das ist nicht die Begründung von meinem Geld. Das ist nur ein Geld. Du bist nicht so gut, oder? Wenn du auf die Steine gehst... Ich bin nicht weg. Ich mache mein Bestes für dich. Du bist ein schlappiger, kleiner Bistur. Aber ich habe dich jetzt. Bitte. 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 bless Slepen. Okay. Wo hab ich denn jetzt den Wegpunkt hingesetzt? Ja gut, den können wir auch weg machen. Den müssen wir jetzt hier hinsetzen. Oh, da kommt schlechtes Wetter anscheinend. So. Ähm. Noch einmal. So kann ich nicht schneller laufen. Okay. Okay. Warte mal. Ja, geh doch. So. Ähm. Okay. Gut, das brauchen wir glaube ich eher nicht. Ähm. 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 Hä? Wieso kann ich nicht? Ach stimmt, da fällt mir gerade ein, ich wollte die Teilnehmer verkaufen gehen. Stimmt. Wo kann ich das denn machen? Ähm. Das kann ich mit Sicherheit. Wahrheit. Aufführung ist egal. Schlachter. Hotel. Arzt. War Bier. Ernsthaft. Gemischtwarenladen. Stall. Hm. Keine Ahnung, wo ich das verkaufen kann. Null Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Wir können aber mal so ein bisschen auf der Karte hier umgucken. Wo wir überall schon waren, wo wir mal hin könnten. Und was mich mal interessieren würde, wie man zum Beispiel, ähm, da wollte ich eigentlich wenn hier hinten ins Menü, aber irgendwo müsste es auch die Tastenbelegung sein, ne? Hier nicht. Das müsste doch hier sein. Hm. Was ist denn Cheats? Cheat eingeben? Hä? Okay. Cheat eingeben, alles klar. Muss man ja auch mal, wir gucken einfach mal alles durch hier. Warte, Audio fahren wir ja überall schon. Äh, ja. Alles klar. Gut. Ich würde gerne mal eine nächste Mission machen, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier haben wir den Bären erlegt. So, äh, ist das hier? Ein Stall, okay. Äh, ja, dann könnten wir theoretisch mal hier hin, oder? Ähm, dass wir versuchen, so den Sean-Kopf-Geltieren zu retten. Blackwater-Gefangenheiten, ja komm. So. Und dann... ... ... ... ... Alles klar, es wird jetzt ein bisschen längerer Ritt. Ich hoffe, es ist ein längerer Ritt. So. Kochen. Zuckerwürfel. Ah, so können wir das. Okay, warte. Alle wegwerfen? Kann man noch alle essen? Nee. Warte mal, dann füllen wir uns das mal kurz auf hier. Das geht ja schnell. Na gut, bringt halt nicht so viel, ne? Ja, das ist gut. So, dann können wir jetzt ja mal los. Okay, können wir mal ein bisschen Dampf machen hier. Ah, und die schöne Musik geht wieder los. Sehr schön. Entspannt geht es weiter. Stimmt, hätte ich wieder abkürzen können hier, aber okay. Naja. Ach ja, stimmt. Hier war ja die Stelle, wo wir waren, ne? Und so. Naja, ich sag nichts dazu. Ich mach einfach mal weiter. So, das ist ein schönes Tempo. Das können wir hoffentlich nicht mal beibehalten. Hm? Oh, das ist ein schönes Tempo. Was ist mit ihm hier vorne? Ja, wir haben es doch nicht eilig, Mensch. Meine Güte. So. Oh, hier vorne wieder eine Kutsche, wo einer gefangen ist. Herr, dreht die Kamera vielleicht nochmal? Ah ja. So, ist aber doch schon einiges los hier, wie ich finde, in dem Spiel. Das ist sehr schön. Ich weiß halt nicht, wie ich mit der Moderation diese Reitpassagen irgendwie überspringen soll oder irgendwie ein bisschen besser gestalten kann oder so in der Art. Oh, der Counterbug lässt nach. Ja. So. Schöne Brücke hier. Da ist da gerade ein Adler links. Die fliegen doch eigentlich immer von Menschen weg. Ist das nicht so meistens? Oder Vögel generell? War doch eigentlich so. Naja. Kann ja mal einer unten in den Kommentaren beantworten. Äh, ja. Läuft, würde ich mal behaupten. Oh, hier ein abgewandeltes Dorf. Alles klar. Oh, nein. Oh, nein. Great Plains. Okay. Hier sind wir anscheinend überall gesucht. Tod oder lebendig. Wie es da eben stand. Das ist natürlich nicht so erfreulich, wie ich finde. So, wir müssen auch gleich da sein, glaube ich, oder? Kann das sein oder muss ich noch ein Stück? Ich glaube, ich muss noch ein Stück. Ja. Ich mache mal wieder ein bisschen Dampf. Hier kommen wir in noch eine dunkle Rotation rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier habe ich gerade richtig Angst, wenn ich ehrlich bin. Ah, fuck. Komm ich hier oben. Hier komme ich mit Sicherheit nicht mit dem Pferd hoch, ne? Nein. Wie soll ich hier mit dem Pferd hochkommen? Ok. Okay. Ähm. Ähm. Egal. Ähm. Nein. Oh, diese Steuerung, ne? Ähm. Oh. Oh, grad nicht. Ist das Problem. Ja. Äh... Ach, das ist aber für ein Kacke. Nyeh... Verdammt. So, war das eigentlich den Ladebildschirm überbrücken oder ist das nur kurz so ne... so'n Loop für zwischendurch? Kann dat sein? Ähm... Jaaa... Ähm, ich sag jetzt mal nichts. Ich sollte hier auch mal ganz schnell aus dem roten Gebiet weg. Okay. Ähm... Hä? Hä? Was war das denn? Komm schon, ein bisschen mehr Gas hier. Hier komm ich schon mit Sicherheit nicht hoch, oder? Ne. Nein, probier's doch erst gar nicht, Mann. Ich steig hier schon mal vom Pferd runter. So. Jetzt ein paar Meter geh ich mal so. Warte mal. Warte mal. Äh, was läuft denn jetzt nicht? Hallo! Alter! Sieh, unnötig! Bitte lauf jetzt endlich! Meine Güte! Das dauert ja fünf Jahre bis man anfängt zu laufen hier. Bisschen Dampf hier bitte! Alter! Ja! Eine Güte! Ja!